ich glaube am zapp kann man immer also kann man schon erahnen wie lange die leute da sind ja ich glaube der strafzettel sind es nur 92.000 welche strafzettel denn obwohl den letzten den habe ich gekriegt na ja es war weil das geruckelt hat ja ja es war bei dir doch ständig so bei dir hat es aber geruckelt wir strahlsünder sind treue seelen das stimmt genau aber manche strahlsünder zumindest einen von euch kenne ich der absolute strunzlappen das krieg ich heute noch ein paar dankeschön aber ich mag euch treuen seelen der hat die kornkreise gemacht jetzt muss ich hier im kreis fahren auf den kram hier aufzusammeln das ist das ist wirklich guckt ihr das mal an hier was ich leiden muss ich muss hier wirklich im kreis fahren alle hier kornkreise gemacht hat so warte senken anschalten ich habe aus der mitte heraus gedroschen aber sie hat schon gesagt manu hätte das besser gemacht ja ich mache keine smilies ins feld ja aber ganz ehrlich wenn du das jetzt die ganze zeit so guckst und ich habe jetzt die inneren kreise schon fertig na wenn du die ganze zeit so guckst du kriegst du aber wirklich ein dreh bum 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 hast ja gleich ne also hier ist ja kein stroh an diesem feld gott sei es gedank gepriesen und gepfiffen aber feld 42 hat stroh wenn ich das nämlich richtig gesehen habe ist feld 42 nämlich dinkel hat ich glaube das war blau du hast dich verguckt glaubt das war ding du hast dich verguckt das wird sein das wird sein meinst du schönes guck ich noch mal dunkelblau ja ist dinkel ich weiß noch die letzten felder im letzten jahr waren die beiden felder dann für uns nicht ernte war entweder hatten wir die aufträge nicht oder es wurde untergeflügt ich glaube ich ich glaube die wurden so geerntet vom computer das ist aber der computer erlaubt sich aber ich glaube dinkel haben wir nicht geerntet gehabt sonst hätten wir auch schon mal im lager davon gab gleich mal so bei diesem feld hätten wir tatsächlich eigentlich auch mit geräte ausleihen können da hätten wir sogar noch mit dem zweiten fahren können ich habe hier noch genug zu tun glaubt man nicht entschuldige ich muss auch ständig deinen scheiß da weg fahren ok ich bin schon wieder voll ich sag ja wo muss ich sagen ich soll nicht kriegen bin ich hier richtig ja ich muss nach rechts ja ich muss nach rechts wie viel fuhren sind denn das drei oder was möglich ist wie gesagt das feld ich sag mal unser ertrag war sehr hoch gut gedüngt und gekalkt ich glaube bei 52 kannst du froh sein dass hier kein stroh ist wenn noch mehr beim nächsten feld wird der schwatt im schwaben muster gelegt ja 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 zickzack der schwimmt wirklich der traktor der schafft das kaum na ja mittelklasse also er hat die fest nur mittelklasse ganz ehrlich naja ich fahre nur mittelklasse ich kann mir nicht leisten solltest du eine bezahlung und so das heißt hier ohne bezahlung kennt jemand unheilig ja ich kenne unheilig geboren um zu leben ich habe bald mein vorgewände fertig anderthalb vorgewände habe ich bisher gefahren ich bin sehr stolz auf dich eigentlich vielleicht zwei also das ist mal gucken ob es diesmal ausreicht einmal fahren mit der großen klasse ganz ehrlich sich nichts anderes ist auch als auch also wirklich es muss ausbaufähig sein ich kann mich noch was größeres freuen jetzt ist schluss du wolltest den hier haben es musst du damit leben sagt man die produktion haben auch noch nicht reingeguckt ja was da so schön ist jetzt passiert ist ja ja da wird auch schon alles voll sein hier auch mal reingucken was da so an mail zusammengekommen ist aber noch wahrscheinlich wieder ein paar paletten sein die gliedes mail kann ja gleich in die bäckerei oder nicht ja das kann eigentlich gleich über die bäckerei 2917 plus 330 euro weltpremier wir sind über 300.000 ja wir brauchen ja auch geld stets und ständig wir wollen ja neue felder muss ich jetzt schon links weg ja warum kriege ich eigentlich hier nur rote ampel das ist ja zauber spruch verschwindet einfach im asphalt ja also ich sehe die ampel nicht sehe nur das grüne licht wenn das leuchtet muss ich los also stehe ich ja meistens auch dass sie gerade so das grüne irgendwie sehe oder so weil der spiegel immer im blick ist irgendwo ok guck mal wie der schwimmt ich kann gar nichts machen irgendwie komisch bei mir hat er sich relativ gut gefahren ich habe unheimlich ich habe unheimlich vor zehn jahren in köln gesehen meine eltern waren unheimlich konzert damals weiß gar nicht wo war das konzert ich glaube in ralswig so ups 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 ja ja da wo ich rüber gefahren wäre bis dahin habe ich es geschafft also das liegt am kontroller mit der lenkung wahrscheinlich liegt nicht an mir ist liegt am kontroller dass siehst du andere hat bestätigt es liegt am kontroller das ist so schlecht fahre musste ich auch nicht mit den zähnen weil die hände gefesselt sind du meinst dass manu sie schon gefesselt hat anderen erstellert die lenkung um und du kannst ihn so einstellen dass er nur vorne lenkt tut er doch nur ab allrad schon ausgeschaltet tatsächlich das erste was ich mache an seinem traktor die teilrad ausschalten stellen ich habe keine lust mehr im kreis zu fahren wenn du wenigstens gleichmäßig die kreise gemacht hätte weißt du echt mal gleichmäßige kreis extra wünsche nie das eine war das vorgewende und dann habe ich ja innen drin den kreis gezogen naja und den hast du im vorgewende weiter geführt er im himmel jetzt habe ich überall stellen hier ein bisschen da ein bisschen das geht mir richtig glaubst es also der anhänger hat jetzt zwei fuhren drinnen ja und war zu sich dass auch armer philipp genau das haben wir philipp ha typisch strahlsünder ist klar andere ist nicht aber du ich ja ja das sind immer die ganz armen leute ich glaube nicht dass freizeitsurfer so denkt glaube das ist nur du außerdem bei armer philipp ne hast du die emojis dahinter gesehen hat es ja nur gesagt habe ich gesehen das sind die auslach emojis ich sehe das an als die smileys sind zu klein weißt du ja ja du siehle aufsetzt ja strunzlappers die klobrille bleibt da wo sie ist schon klar und drinnen kriegt kreislauf genau drinnen hat gleich kreislauf könnt ihr mal sehen was hier kraft koks war der gas anstalt und so fleißig erarbeitet der strunz da wollte auch wieder meine herren und du sagst ich bin die königin im strunzen ich habe meinen ich habe mein mein meister gefunden ich bin schon wieder gefüllt sehr schön sehr froh dass du nicht mit manu auf dem acker bist sonst ist wieder chaos auch das doch gewohnt weißt du was das schlimm ist das ist ja nicht nur im spiel so wenn jemand schafft irgendwas alles durcheinander zu bringen dann sie und das ist nicht nur im spiel so das ist die blanke realität das nächste mal bitte nicht nur im kreis sondern als spiral das war eine spirale nach von innen nach außen ja das war von innen nach außen eine spirale das andere im kreis das war das vorgewende was ich vorher schon gemacht hatte manu kann manu liest manu kann antworten wenn die grüße zurück der nehmanns brezel achten fahren immer schön auffahren natürlich andreas ganz ehrlich das macht aber hier bleibt nichts liegen aber der dinkel kommt ja noch der dinkel der dinkel der dinkel ja ja der dinkel fällt das dinkel der dinkel du dinkel und du weizen oder ich tiermarkt da noch mal ich geld geholt 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 ja ich bin immer noch nicht fertig mit dem feld ist reichlich zusammengekommen und strober ja aber es gibt geld und das ist das wichtigste fahrrad scheißauto fahr doch man erfährt auf die kreuzung und bleibt stehen die haben dich sowas von gern deswegen schwöre ich den straßen ab du müsstest auch mal den raps weg bringen wenn du denn zeit hast schnitt hast nicht ich mach das warte doch ich fahr erst mal zurück auf mein feld ok 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 werte den rest auch noch mal da rein donnern denke ich habe ich nicht andere abschnitt dann ist er wenigstens ganz toll ab kein herz behauptet sie zumindest abschnitt sitzt bloß wahrscheinlich an einer anderen stelle ist getarnt das sind paparazzi im auto die wollen die nächsten unfall füllen erstmal verursacht und dein film so jetzt ist er ganz voll wo muss denn das hin auch zum tierhandel bloß die hintere abkippstelle die äh bei der laterne wo du gegen gefahren bist mit meiner laterne muss jetzt nach rechts links nach rechts oder weiß es nicht ich glaube schon haben wir mal hier lange an der kreuzung fährst du genau auf deinen traktor drauf zu da musst du links der ist eigentlich richtig die nächste kreuzung wieder kommt da musst du links und dann bist du wieder am feld wo du eben warst ach man weißt du wie auf die heute schon diese strecke gefahren bin ja das kann ich mir gut vorstellen wie du hast eine vorstellung ja öfter mal vorstellung bei der laterne wo du gegen gefahren bist sehr witzig hallo 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 hat man war nur eine und das war nicht meint das waren nicht meine schuld die ist einfach vorgesprungen wenn ich jetzt warum gesagt hätte mir aber schon schwerer geworden war Das wäre schwieriger. Da waren heute einige. Also Laterne ist nur einen Weg gesprungen. Bäume schon mehr. Bäume sind schon mehr einen Weg gesprungen. Bist du sicher, dass das hier hin muss? Guck mal, der steht schon wieder auf der Kreuzung und fährt nicht. Ist doch nicht wahr. Also ich muss jetzt hier bei dem Zaun rein. Du bist da ganz sicher. Vor dem Zaun in die Reine. Ich gucke gerne noch mal nach. Warte, warte, warte. Ach nie. Ja, ich würde gerne nachgucken. Ist nicht möglich. Ich kann ja nicht nachgucken. Hä? Ja, ich glaube schon, dass ich hier richtig bin. Für Feld 52 den Raps, ja. Ich keine Ahnung. Ich kann hier nicht mal kann das nicht mal wegmachen hier. So, Feld 52 sehe ich aber jetzt auch gerade nicht. Warum nicht? Warum sieht man die Felder nicht, wenn man die bearbeitet? Doch da. Ähm, Getreidehandel. Dann bist du beim Verkehrten. Nein, steht da. Ja, da bist du beim Verkehrten. Liefere Raps an den Getreidehandel. Dann ist es der hier unten. Hier sind zwei Ausrufezeichen. Uff, dein Ernst? Dann muss der Dinkel garantiert dahin. Ich habe nicht dran gedacht, du hast den Dinkel ja auch schon angenommen. Dann kommt zum Tierhandel der Dinkel. Und wo ist jetzt der Getreidehandel? Ähm. Da. Ach du Scheiße. Okay, okay. Ich sehe, ich sehe. Du hast auf jeden Fall Dichter. Ja, Dichter ist er, aber da muss ich jetzt wieder hin. Ich habe dich auch gern. Ja, ist so. Ich habe echt nicht dran gedacht, dass er noch der andere Feld auch noch drin ist. Ich bin komplett rausgeflogen. Ich sehe es. Ich bin gerade komplett rausgeflogen, ja. Du kannst doch nix echt jetzt. Ich weiß. Ich taug nix in der Wurzel, ich weiß. Ja, in der Wurzel nicht. Äh, das, 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 das. Jetzt muss ich da auch noch alleine hinfinden. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn hier los? Wenn man sich auf dich verlässt, ist man echt verlassen. Alles muss man selber machen. Ach. Ich würde dich ja unterstützen, aber ich muss hier erst mal gucken. Ähm. Manu, kannst du mal vorlesen, was ich geschrieben habe? Ich bin gerade am Autofahren. So, Dele. Ich bin aber nun für heute wieder weg. Ich schaue mir noch was anderes an und danach bin ich im Bett. Ich wünsche euch allen eine angenehme Nacht und bleibt mir alle gesund und munter. Ebenfalls, lieber Sigi. Ebenfalls. Grüß alle, die du barfuß triffst. Ich muss jetzt mal auf die Karte gucken. Alle, die du barfuß triffst. Rechts. Rechts. Okay. Entschuldigung. Ich stehe im Weg. Den nochmal entfernen. Ich muss den hier nochmal neu starten. So. 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 Vielleicht ist nach dem Neustarten des Spiels ja endlich wieder alles. Das ist okay. Was, Philipp, wäre also selbst eine Karotte? Ach, guck mal hier, die Cola ist da. Hallo, Kuro. Jetzt muss ich gleich hier irgendwo reinfahren. Warte. 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 Hier muss ich rein, glaube ich, ne? Ja, die nächsten da. Ja, nicht die ganz nächsten. Das wäre die Ausfahrt. Ja, gut, ob Ausfahrt oder Einfahrt reinfährt, ist egal. Das ist hier rein, oder? Ja. Ich sehe es schlecht. Nein, 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 nein. Ein weiter, das ist, glaube ich, die Straße. Aber das ist ein Durchfahrtsverbot-Schild. Ja, hatte ich ja gesagt. Einfahrt, Ausfahrt. Das ist auch das Feld. Komm schon. Doch, egal, von wo ich reinfahre. So, jetzt lese ich erst mal, was hier alles steht. Philipp wäre also selbst als Karotte nicht zu gebrauchen. Richtig, richtig, richtig. Hallo, Gu. Danke, danke, danke. Guten Abend. Neue Disziplin bei Olympia Trecker schubsen. Ich wurde verlieren. Guru guckt schon 30 Streams in Folge. Lieber Guru. So, synchronisiere mit anderen Spielern. Möchte ja nicht wissen, wo dein Traktor jetzt ist. Sagt er dein Mähdrescher. So, wie ist der Mähdrescher? Ja. So, wie ist der Mähdrescher? Vielen Dank.